Naja, für November. Alle Fälle trocken. Das ist erstmal wichtig. So, Paulchen. Der Kleine sitzt wieder da und wartet. Ja, ich hab seit Wochenende Watt gekauft, bei Algen natürlich, wie immer. Ja, hab ich mal die Rosenkugel. Hab ich mal gleich zweimal mitgebracht. Denn der ist nur im Angebot, dann ist bald alle. Denn der hat sehr gut geschmeckt. Naja, bisschen Hering. Ich hab so volle kleine Kartoffeln. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Naja, Currywurst. Ich kann liegen bleiben. Kotelett, etwas zum Knabbern. Frühstück. Das esse ich jetzt. So eine Art Pizzastange. Naja, ein paar Kekse zum Kaffee. Milchreis, was für die Gesundheit. Wasser. Apfel-Ecke. Wo ist Paulchen? Wo ist Paulchen? Ach, Paul ist auf Klo. Werden wir mal nicht stören, wa? Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Und jetzt...